Warum ist Hepatitis C für mich ein wichtiges Thema? Die European Aid Treatment Group, bei der ich seit vielen Jahren Mitglied bin, hat sich seit dem Jahr 2007 intensiv mit Hepatitis C beschäftigt. Und zwar, weil wir damals Angst hatten, dass unsere Patienten, die Ko-Infizierten, nicht berücksichtigt werden in der Medikamentenentwicklung. Wir hatten diese Angst, weil wir befürchteten, dass die Industrie, die Firmen, auf die mono-infizierten Patienten sich konzentrieren. Das ist der ganz, ganz grosse Markt. Wir hatten Angst um unsere Ko-Infizierten Patienten, weil sich bei diesen die Krankheit rascher entwickelt. Die beiden Viren Hepatitis C und HIV begünstigen sich gegenseitig. Das heisst, dass beide Krankheiten bei betroffenen Patienten rascher fortschreiten als bei mono-infizierten Patienten. Und von diesen Ko-Infizierten Patienten gibt es unter den HIV-Patienten eine ganze Menge. In der Schweiz sind es etwa 30 Prozent, die betroffen sind. In anderen Ländern sind es noch sehr viel mehr. Wenn wir nach Ukraine gehen oder nach Russland, sind 80, 90 Prozent der Patienten ko-infiziert mit Hepatitis C und HIV. Und uns war wichtig, dass diese Gruppe bei der Medikamentenzulassung mit vertreten sind. Uns war wichtig, dass die Medikamente in diesen Populationen auch funktionieren. Und wir haben deshalb vor vielen Jahren, 2007 damit angefangen, mit der Industrie und mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die neuen Medikamente, die dann kommen würden, wirklich auch funktionieren in dieser für uns wichtigen Patientengruppe. Und das hat dazu geführt, dass die europäische Medikamentenbehörde ihre Zulassungskriterien angepasst hat, verändert hat. Eine Studie in ko-infizierten Patienten ist ein Muss, bevor ein Hepatitis C-Medikament zugelassen wird. Also der Wirkungsnachweis ist eine Forderung der Behörden geworden und die Firmen haben mitgemacht, weil ihnen das Anliegen verständlich gemacht werden konnte. Was mich dann erstaunt hat im Bereich Hepatitis C, wir hatten doch so viel gelernt mit HIV und alles, was wir dort gelernt haben, schien bei Hepatitis C nicht zu funktionieren. Wir haben noch heute in vielen Ländern, so auch in der Schweiz, keine überzeugende, vernünftige, von den Behörden unterstützte Strategie zur Bekämpfung und zur Diagnose von Hepatitis C. Wir haben Medikamente, die wunderbar funktionieren im Markt. Sie werden nur für einen Teil der Patienten wirklich vergütet, weil die Strategie fehlt, weil das Verständnis fehlt, wie man diese Krankheit angehen sollte, weil sehr viele Patienten gar nicht diagnostiziert sind, weil sehr viele Ärzte gar nicht wissen, wie die ersten Symptome ausschauen können, weil sich sehr viele Patienten gar nicht mehr erinnern oder nicht mehr wissen wollen, dass sie irgendwann mal vielleicht Drogen genommen haben oder dass sie irgendwann mal vielleicht in den 80er Jahren eine Bluttransfusion gehabt haben oder dass sie vielleicht irgendwann mal bei einem Heilpraktiker waren, der ihnen was gesteckt hat, dass sie vielleicht irgendwann mal in den Tropen in einem Spital in Behandlung waren, wo sich das Virus übertragen hat. Und diese Leute, die laufen ahnungslos umher und wissen von nichts, bis es dann vielleicht zu spät wird. Also diese Mühen, eine Strategie in der Schweiz beieinander zu kriegen, die machen mich enorm betroffen, die ärgern mich wahnsinnig und darum engagiere ich mich. Ich leite die Arbeitsgruppe Pricing, die mit den Ärzten und den Firmen zusammen versucht, eine Strategie zu finden, wie man die Kostenerstattung bei den Hepatitis C-Medikamenten besser in den Griff kriegen kann, dass die Patienten wirklich behandelt werden können und sich nicht Medikamente aus Indien importieren müssen.